Hallo, in diesem Video möchte ich mich mit dieser Aufgabe hier beschäftigen, die mir auch ein Stand per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Hier geht es um eine ideale Spule mit einer bestimmten Induktivität, durch die ist ein magnetischer Fluss gegeben zum Zeitpunkt 0. Und an der Spule liegt eine Spannung an, die verläuft kosinusförmig mit eben der entsprechenden Zeitfunktion. Da ist auch eine Frequenz gegeben und eine Amplitude dieser Kosinusfunktion. Und dann ist gefragt, wie groß ist der Spulenstrom zu einem bestimmten Zeitpunkt t, gleich 80 Millisekunden. Also wir müssen erstmal eine Funktion für den Spulenstrom aufstellen. Und dann ist auch gefragt, welche Energie wird der Spule dabei in diesem Zeitintervall zugeführt. Und also, ja, kleiner Hinweis, das V hier für die Spannung, das müsste aufrecht sein, da hätten wir nochmal aufrecht geschrieben. Ansonsten sieht man, das ist schon eine ganz vorbildlich in LaTeX geschriebene Aufgabe. So, und wenn man jetzt nicht so richtig weiß, wie man an diese Aufgabe rangeht, dann kann man ja mal noch so ein paar Stichwörter hier googeln. Also steht auf jeden Fall was von Induktivität. Wenn man dann mal so die entsprechenden Wikipedia-Seiten zur Induktivität liest und sich anschaut, dann findet man hier auf jeden Fall schon mal eine Formel. Die kann ich schon mal kopieren. U ist L mal die I nach die T. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Die können wir schon mal mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert, die einzufügen. Da ist sie schon mal. Und hier gibt es noch eine Formel, wenn man ein bisschen weiter runter schaut, was das eigentlich bedeutet. Induktion in Elektrotechnik. Hier taucht nämlich dieser magnetische Fluss auf. Der Buchstabe, der hier steht, der griechische, das ist ein großgeschriebenes Psi. Und auch die Formel kopiere ich mal und füge die mal auch hier ein. So, und jetzt können wir mal gucken, was wir irgendwie alles so haben. Also wir haben auf jeden Fall eine Induktivität und wir haben dieses Psi. Das heißt, aus den beiden Sachen können wir schon mal einen Strom ausrechnen zum Zeitpunkt 0. Den schreibe ich mal hier so hin. Also den Strom zum Zeitpunkt 0, den kriegen wir eben raus, indem wir einfach das Psi nehmen zum Zeitpunkt 0. Und das durch diese Induktivität teilen. Und dann kann man das mal machen, dann kann man das mal einsetzen. 0,5 Voltsekunden geteilt durch die 10 Milli Henry. Milli sind 10 hoch minus 3 und Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Und da zieht man schon mal auf jeden Fall die Voltsekunden weg und es bleibt Ampere über, was ja für einen Strom auch so sein sollte. Naja, und 0,5 durch sozusagen ein Hundertstel, wie oft passen die Hundertstel in 0,5 rein, na genau 50 Mal. Deswegen kommen da 50 Ampere raus. Kann man jetzt auch ein bisschen anders rechnen. Aber also der Strom zum Zeitpunkt 0, der sich jetzt hier schon mal daraus ergibt, das sind 50 Ampere. So, dann haben wir auch diese zweite Gleichung hier. Und da steht ja da, die Spannung ist so groß wie die Ableitung des Stromes multipliziert mit der Induktivität. Und die Formel können wir jetzt natürlich mal in Richtung des Stromes umstellen. Da gibt es andere Videos, wo das erklärt ist. Aber letztendlich kann man sich so vorstellen, ich hole jetzt das dt auf die andere Seite rüber. Dann steht da U dt, dann integriere ich da drüber, integriere auch auf dieser Seite. Und das Integral über 1di ergibt eben den Strom. Dann habe ich hier den Strom i von t in den Grenzen, in denen ich integriere. Und ich integriere mal von 0 bis t sozusagen. Und ich müsste das ja eigentlich irgendwie anders nennen. Ich müsste das mal t, t-Schlange oder sowas nennen. So, also hier auf der Seite kriege ich das so hin. Und auf der anderen Seite steht jetzt das l rüber, dividiert 1 durch l und eben das Integral über u von ebenso einem t-Schlange über dt-Schlange integriert. Auch in den Grenzen von 0 bis t. Also entscheidende Sache ist, auf beiden Seiten müssen hier genau die gleichen Grenzen stehen. Und ob ich jetzt hier t-Schlange hinschreibe und über t-Schlange integriere oder ich schreibe da t hin und integriere über t, ist aus Ingenieurwissenschaftlicher Sicht, würde ich mal sagen, relativ egal. Ich könnte das auch so schreiben. MathematikerInnen würden sich da jetzt ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Deswegen machen wir das mal lieber richtig. So, und ich meine, hier drüben ist jetzt noch, das ist ja schon die Stammfunktion, die brauche ich jetzt in diesen Grenzen. Da setze ich obere Grenze ein minus untere Grenze und die untere Grenze bringe ich eben auf die andere Seite. Sodass ich eben rausbekomme, also den Strom zum Zeitpunkt t. Und das ist so die Formel, die man auch in anderen Skripten, Büchern und Formelsammlungen so findet. Ergibt sich aus 1 durch l und ich integriere über die Spannung von 0 bis t über die Zeitfunktion der Spannung. Und muss noch dazu rechnen, den Strom zum Zeitpunkt 0. Ja, und das t, was hier oben an der Grenze steht, das ist eben auch das t zu dem Zeitpunkt, zu dem ich hier den Strom ausrechne. Und das t, worüber ich hier integriere, ist das t, von dem die Spannungszeitfunktion abhängt. So, und jetzt kann ich hier oben eben diese gegebene Spannungszeitfunktion einsetzen. Und ich kann eben auch, also ich kann das ja mal hier andeuten, wie so üblich mit einem hellen gelben Strich. Ich nehme jetzt das und setze das hier ein. Und ich nehme das i von 0 und setze das dort ein. Und dann kann ich damit weiterrechnen. Und bekomme eben raus, okay, das ist 1 durch l. Dann kann ich das u-Dach auch vor das Integral schreiben, weil das ja eine Konstante ist. Und kann im Prinzip die Kosinusfunktion gleich mal integrieren. Die Kosinusfunktion integriert die Stammfunktion von der Kosinusfunktion, ist eine Sinusfunktion. Und hier steckt ja noch das Omega drin als Faktor, als verkettete Funktion. Und bei der Integration dieser verketteten Funktion muss ich durch diese innere Ableitung teilen. Und das brauche ich jetzt immer noch in den Grenzen. Und hier steht eigentlich ein T-Schlange in den Grenzen von 0 bis T. Und ich brauche noch den Strom zum Zeitpunkt 0 dazu. Das sind diese 50 Ampere. Oder ich schreibe vielleicht erstmal immer noch hin. Der Strom zum Zeitpunkt 0. So, und jetzt muss ich auch hier die Grenzen einsetzen. Und dann kommt da eben raus 1 durch l u-Dach. Und das durch Omega schreibe ich mal davor. Also da wird raus ein u-Dach durch l mal Omega. Und jetzt die Grenzen eingesetzt. Obere Grenze minus untere Grenze. Die obere Grenze ist dann eben der Sinus von Omega t. Und die untere Grenze, der Sinus von 0 ist 0, kann ich weglassen. Es kommt auf jeden Fall noch dazu, der Strom zum Zeitpunkt 0. So, und damit kann ich jetzt den Spulenstrom zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausrechnen. Und kann das auch für 80 Millisekunden tun. Und das machen wir jetzt mal. Also i von 80 Millisekunden ergibt sich eben aus 100 Volt. Das ist die Amplitude, die da oben steht. Jetzt setze ich einfach die ganzen Zahlenwerte ein. So, das Omega ist 2 mal Pi mal F. Ergibt sich so aus der Kreisfrequenz. Und ja, für die Zahlenrechnung nehme ich jetzt gleich mal wieder Oktave. Schiebt mir das hier so ein bisschen daneben. Und kann mal an der Stelle auch mein Kamerafensterchen ein bisschen kleiner machen. Also F ist 10. Omega ist 2 mal Pi mal F. Das sollten irgendwie ein paar 60 ergeben. 62,8. Das sind 62,8. Und die Einheiten sind 1 durch Sekunde. So, und hier haben wir jetzt eben 100 Volt durch 10 Millihenry mal diese 62,8. Das 1 durch Sekunde schreibe ich schon hier oben hin. So, und dann brauchen wir auch den Sinus von 62,8 1 durch Sekunde mal 80 Millisekunden. Und das Ganze noch plus 50 Ampere. So, und die Zahlenrechnung, die mache ich jetzt natürlich auch in Octave. Also ziehe das hier mal so ein bisschen rüber. Und also U, Dach sind 100 Volt, L sind 10 Milli. Das T sind 80 Millisekunden. Das sind 10 hoch, auch ebenfalls 10 hoch minus 3. Und I zum Zeitpunkt 0, den haben wir gerade schon irgendwie ausgerechnet. Das waren 50 Ampere. So, und das jetzt alles in eine Gleichung rein. Also I von 80 Millisekunden sind eben U, U, Dach geteilt durch L geteilt durch Omega. Und das mal Sinus von Omega mal T. Und noch plus den Strom zum Zeitpunkt I0. So, und das macht minus 101,37 oder 101,4. Minus 101,4 Ampere. Und das ist der Spulenstrom zum Zeitpunkt 80 Millisekunden. Und dann können wir auch zur letzten Teilaufgabe hier kommen. Welche Energie wird in der Spule dabei gespeichert oder welche Energie wird der Spule zugeführt? Und da ist jetzt die einfachste Variante, das zu rechnen. Wir nehmen einfach die Energie zum Zeitpunkt 0 und die Energie zum Zeitpunkt 80 Millisekunden und rechnen die Differenz von den beiden aus. Die Energie in einer Induktivität ganz allgemein ist L halbe mal I zum Quadrat. Auch das findet man mit Sicherheit in diesem schon angesprochenen Wikipedia-Artikel. Ich scrolle mal nochmal hoch und gucke mal hier ins Inhaltsverzeichnis. Hier steht auf jeden Fall was von Feldenergie. Und da findet man genau diese Formel. 1 halb L mal I Quadrat oder eben L halbe mal I Quadrat. So, und damit können wir jetzt eben die Energie zum Zeitpunkt 0 ausrechnen. Das ist L halbe mal der Strom zum Zeitpunkt 0 zum Quadrat. Und den hatte ich eigentlich mit einem kleinen Buchstaben bezeichnet. Deswegen mache ich das mal hier auch. Also I 0 zum Quadrat kann man einfach einsetzen. Kommt ein Zahlenwert raus, kann man gleich nochmal über die Einheiten nachdenken. Und genauso kann ich das auch mit der Energie zum Zeitpunkt 80 Millisekunden machen, indem ich hier eben L halbe mal den Strom zum Zeitpunkt 80 Millisekunden rechne. Zum Quadrat, auch da sollte ein Wert rauskommen. Und dann kann ich einfach ein Delta E ausrechnen, diese zugeführte Energie, die Energieänderung. Und das ist einfach die Energie, die zum Zeitpunkt 80 Millisekunden da gespeichert ist, minus die Energie zum Zeitpunkt 0. Und dann sollte das einfach die Differenz von diesen beiden Zahlenwerten sein. So, und da mache ich jetzt, führe ich die Zahlenrechnung auch in Oktave durch. Also Energie zum Zeitpunkt 0 ist L halbe mal I von 0 zum Quadrat. Dann kommen da 12,5 Joule raus. Dass das Joule sind, klären wir gleich noch. Und genauso kann ich ein Delta, eine Energie zu 80 Millisekunden ausrechnen, nämlich einfach diesen Strom zum Zeitpunkt 80 Millisekunden. und da kommt eine andere, größere Energie raus, denn der Strom ist ja größer geworden, also betragsmäßig. Und da ihr das Quadrat des Stromes zählt, wird das Minus natürlich zu einem Plus. Dann kann ich das Delta E ausrechnen eben aus der Differenz von dem E 80 Millisekunden minus das E minus die Energie zum Zeitpunkt 0. Und dann kommen da 38,875 Joule raus. Also kurze Probe, ob das tatsächlich Joule sind. Wir setzen diese Zahlenwerte ein. Ich schreibe hier mal hin 12,5. So, die Induktivität hat die Einheit Henry. Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Und dann kommt hier noch ein Strom dazu zum Quadrat. Also Strom zum Quadrat kürzt sich einmal Strom, einmal Ampere und das Quadrat weg. Und wir kriegen Volt mal Ampere. Volt mal Ampere sind Watt. Und Wattsekunden sind das gleiche wie Joule. Und das hier waren ja jetzt die 51,375 Joule. Und das hier hinten waren dann jetzt die Differenz von den beiden. Das waren 38,875 Joule. Und das ist die Energie, die der Spule dabei in diesem Zeitintervall zugefügt wird. Und das ist auch schon die Lösung dieser Aufgabe. Wie man sieht, gar nicht so wahnsinnig schwierig aus meiner Sicht. Man muss sich nur die paar Förmchen, die es hier gibt, also die für die Energie, die für die eigentliche Definition, wie hängen Fluss, Strom und Induktivität zusammen und wie ist die Stromspannungsbeziehung an einer Induktivität. Die muss man sich hier suchen, die ein bisschen geschickt ineinander einsetzen. Und dann ist natürlich Octave hier total nützlich für die Zahlenrechnung.